Ab September startet Russland TV voll in den Herbst durch. Weiter wird es gehen mit respektlosen und ironischen Kommentaren der Russland-Politik durch unsere beliebte Anna Nikonova. Und auch Anna Gamburg wird wieder bei Russland Direkt renommierte Experten zu Gast haben, in die russische Szene eintauchen oder nachschauen, welche Meinungen die normalen Russen haben und was sie bewegt. Auch bei wichtigen Reden Putins wird es im Herbst weiter heißen, Das Original auf Deutsch gibt es nur bei uns. Darüber schreiben dürfen dann die Anderen. Ist das schon alles? Nein, das ist eben nicht alles. Unsere neue Filmerin Anna Smirnova aus St. Petersburg wird uns weiter aus der schönsten Stadt des Universums berichten und uns auf eine Reise ans Ende der Welt mitnehmen. Und als Vierte im Bund wird uns Anna Kocheva aus dem Reich hinter der Wolga berichten, wo noch nie länger ein deutscher Journalist gewesen ist. Das glaubt euch doch kein Mensch, dass die alle Anna heißen. Wer das nicht glaubt, hat Pech gehabt. Und weiter gibt es Spud und Charity Berichte mit unserer Nachwuchssprecherin Ariana. Weiter gibt es aktuelle News Clips direkt aus Russland. Neu gibt es auf unserem Zusatz-Channel Russland TV Plus längere Clips für tiefe Interessierte oder Backstage-Eindrücke von Filmern und Redakteuren. Ist das jetzt alles? Ja, das war jetzt alles.